SADAME HELL Nein, ich habe leider kein Glasrohr. Und hier oben, das habe ich leider auch nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd, weil ich eben im letzten Level die Statistik verkauft habe. Aber ja, schauen wir mal, was ist das jetzt hier? Nee, oder was? Hook & Pull Gabs? Nee, das brauche ich da wirklich nicht, oder? Ist das nützlich? Keine Ahnung. Naja, geil, ich würde sagen, bevor wir hier noch ein bisschen rumlabern, würde ich sagen, schau mal direkt mal weiter. So, genau, wir waren wirklich auf dem Friedhof beim letzten Mal, ne? Und wir sollen in Löcher... Na, in Löcher krabbeln, irgendwie keine Ahnung. Das ist Roniendorf, das kennen wir doch noch. Genau, das war ja das hier. So, und warum habe ich jetzt hier ein paar Slowdowns? Das gefällt mir gar nicht. Ja, wie gesagt, wieder schön nach der Arbeit hier. Und da ist eine Unschuldige. Was macht die denn? Die ist ja krass. Oh man, oh Gott, ich habe irgendwie grad... Slowdowns. Ist das wegen dem Regen hier, oder was? Geht da hoch. Ah, da hinten ist noch einer. Boah, was machen die denn hier? Das ist ja heftig hier. Boah. Okay. Egal. Was macht die denn? Boah, ist die blöd. Kann ich nicht... Ja, sehr schön. Okay. Und dann lauf hin und... Und... Zack. Geil. Alles klar. Boah. Haben wir die erste Kill, der ist sicher hier. So. Aber ich weiß nicht, warum ich grad hier Slowdowns hab. Da ist der nächste. So. Was macht der? Ah. Boah. Krass. Okay. Ah. Ich glaube, das könnte ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich im Browser parallel offen hab. Dass deswegen der Sound so leckt. Ah. Oh, da ist noch eine Unschuldige, alter Schwede. Komm. So. Wo ist denn der jetzt? Ah, da hinten. Alles klar. Ne, Freunde. Äh. Ich hab halt grad ein paar Soundbugs gehabt. Äh. Ich werd mal kurz, äh, das beheben. Also bis gleich. So, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Äh. Äh. Ja, ich hoffe aber, das hat's jetzt gebracht. Was mit dem Sound hier. Und, oh Gott. Ja, ich hab die vergessen. Da war noch eine Unschuldige. Äh. Ja, ja, genau. Dann würd ich sagen, fangen wir mal an hier bitte. Was ist das denn da? Da ist ja noch eine, oder was? Oder was ist das da? Diese schwarze. Ach nee, das ist einfach nur... Okay, nö. Nevermind. Ich find's aber gut, dass sie sich hier so festhält. So. Dann muss ich jetzt mal gucken. Da hinten ist ja ein Typ. Und ich muss mal gucken, wie und wo der Spring ist. Das klingt, hm? So, jetzt häng ich hier. Da unten ist eine Unschuldige. Das seh ich. Oh Mann. Ah, da ist auch noch einer. Ja, 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 ja. Da ist auch noch einer. Okay. Alles klar. Ja, wieder die krassen Linias hier. Und. Yes. Boah, der war gut. Der war gut. Der war auch wichtig, ey. Boah, alter Schwede. So. Was haben wir hier noch? Hier ist irgendeiner auf extrem nah. Was ist hier? Ah, unschuldig. Okay. Ich verstehe. So, dann haben wir da zwei Unschuldige da unten. Und. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so läuft. Ich hab in den letzten Tagen bin ich wenig dazu gekommen zu Let's Play. Nein. Äh, das tut mir auch leid. Aber es ist halt so im Moment da. Im Moment gibt's halt bei mir privat ein bisschen was zu tun. Deshalb. Seid mir nicht böse, wenn nicht jeden Tag ein Video kommt. Ich probier's noch, äh, so schnell wie möglich zu machen. So oft wie möglich zu machen, vor allem. So, wie mach ich das jetzt? So. Nein! Boah! Der hat mich fast entdeckt, alter. Shit. Boah. Krass. Okay. Weiter geht's. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist die Unschuldige. Oh, fuck. Oh, man. Mann. Bitte nicht, ey, bitte nicht. Bitte geh da hoch. Ah ja, geh da hoch. Hier ist gefährlich. Oh, alter. So. Wer ist da noch? Ist dieser Unschuldige? Okay, ich verstehe. Da ist noch eine Unschuldige. Dein ist aber ein Schuldiger. So. Route beobachten. Ganz wichtig. Oh, was ist das denn? Das sind ja Items. Wie geil. Oh Gott. Nein. Ich bin gierig, aber ich will die Items noch haben. Ich glaub, der geht noch von links nach rechts. So. Ja, ja. Wenn der gleich losgeht, dann... Ich hoffe mal, dass der sich jetzt nicht rumdreht. Aber das sollte passen. Yes. Geil. Okay. Da ist noch einer. Da ist direkt der Nächste. Hinter dir. Hallo, Ayame. Hinter dir. Da oben. Ja. Ah nein. Nicht so rum, Mensch. Ah, diese Soundbugs irritieren mich grad so ein bisschen. Egal. Geh direkt hoch und kill ihn. Und... Yes. Geil. Geil. Okay. Sehr geil. Hä? Warum hab ich denn unten so ein Fitzel von einem Zeichen noch übrig? Normalerweise bringt dir ein Kill ein Zeichen. Ist hier noch irgendwo einer? Oder kann ich jetzt in den nächsten Bereich gehen? Ja. Äh. Diese Soundrugler. Ich weiß nicht, woran das jetzt wieder liegt. Keine Ahnung. Liegt das an den Grafikeffekten hier, weil es regnet? Oder warum ruckelt das jetzt so manchmal? Ich hab jetzt nämlich alles ausgemacht. Außer das Spiel und mein Loilo. Aber ja. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hier rein. So. Okay. Ja. Alles klar. Ah ja. Ich level. Ich erinnere mich daran. Da ist jetzt da hinten einer drauf. Ne? Das war zumindest bei Rekimaru so. Oh. Da ist keiner drauf. Alles klar. Ich verstehe. Oh. Da oben. Okay. Da sind es schon mal zwei. Aber die reden erstmal. Das heißt... Oh. Was ist das denn? Da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Die sieht man ja gar nicht hier. Oh mein Gott. Mach schneller. Die haben aufgehört zu reden. Und? Anschleichen. Und zack. Yes. Der war gut. Boah. Boah. Ja wie gesagt. Auf dem Wasser hier darf man sich nicht normal bewegen. Weil das macht halt Geräusche. Ne? Das ist ja auch realistisch. Boah. Das ist noch eine. Da sind drei Gegner hier. Und geh hoch. Wenn der da seine Hampeleien macht. Ist mir scheißegal. So. Den haben wir. Lauf weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Nein. Nicht dahin. Oh. Um Gottes Willen. Oh. Da ist die Frau dahinten. Da ist die Frau. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Puh. Boah. Ich bin jetzt lieber mal weggesprungen. Da ist die Frau nämlich. Die dreht da hinten am Rad. Geh weg. Kein Name ist die ja wach. In welche Breakdance Einlagen. Okay. Da ist der andere. Oh. Der hat die hier unten gesehen. Oh Mann. Boah. Was ist das denn ey. Das ist ja krass. Das ist ja heftig alter. Boah. 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 Der geht hoch. Der geht hoch. Oder? Ja. Der geht hoch. Da ist noch die. Die Frau von da hinten. Aber egal. Komm. Kill den erstmal. Boah. Bis jetzt null mal entdeckt. Das war richtig gut bis jetzt. Alter Schwede. Da ist die Frau. Die dreht sich auch um. Yes. Die hab ich auch oder? Die hab ich auch. Yes. Geil. Boah. Bis jetzt läuft das richtig gut. Und ich hab schon die Zeichen voll. Bei noch nicht mal der Hälfte. Sehr schön. Ui. 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 Ha. Was ist das? Ah. Da ist der. Da ist die Fähigkeit die ich beim letzten Mal gesucht habe. Mit R1 an der Decke hangeln. So. Hier hab ich jetzt alle ne. Ich geh hier aber auf noch einen zu. Alter. Da da. Was ist das denn da? Ist das ein Item? Geil. Da liegt einfach mal so ein Item rum. Nehm ich gerne. Äh. Aber erstmal. Erstmal dahin kommen. So. Genau. Ja. Eine Rauchbombe. Sehr schön. Oh Gott. Wer denn? Ah. Da unten ist auch noch einer. Aufpassen. Auf 70. Ja. Ich muss aufpassen. Ich merke das schon. Einfach rollen. Ah. Da ist doch noch einer. Ja. Oh Mann. Das ist krass hier. Moment. Ich erlege dir erstmal die Frau glaube ich. Das ist glaube ich erstmal am sichersten. Wenn ich mich erstmal um die Frau da kümmere. Oh mein Gott. Geh doch weg. Uff. 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 Da ist der. Oh mein Gott. Alter. Oh Mann. Was hab ich hier gemacht? Ah. Ich hab Angst. Alter. Da ist die Frau. Okay. Geh ich bitte um. Und. Yes. Geil. Geil. Okay. Aber da sieht mich noch einer. Ah. Geh schnell runter. So. Alles klar. So. Wo ist der Typ? Der Typ hat die Leiche entdeckt. Ja. Alles klar. So ist es okay. Ah. Nein. Als ob die es weiß. Als ob die es wissen. Weißt du. So. Alles klar. Ja. Jo. Dann. Und. Zack. Boah wie geil. Ich hab bis jetzt so viele Kills. Boah. Das hat. Das lief beim letzten Mal mit Rikimaru aber definitiv anders. He. So. Ah. Moment. Ah. Hier ist auch noch ein Item. Was ist das? Einfach mal probieren. Was ist das? Das war irgendein Trank. Okay. Ich hab keine Ahnung was das war. Ja. Den ja wieder geboren. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier? Hier rechts ist auch noch einer. Ah. Ne. Da hinten ist eine Frau und das ist auch. Ne. Das sind Unschuldige. Okay. Ich verstehe. Aber ist hier nicht irgendwo noch einer? Ich werde alle killen. Ist hier irgendwo noch jemand? Ne. Ich glaub nicht. Okay. Alles klar. Dann. Gehen wir mal weiter. Ah. Diese scheiß Unschuldige da. Tsk. Mann. Wenn der zurückkommt, dann geh ich da hin. Wenn die Frau nicht guckt. Geh doch mal zurück, du blöde Pussi. Und jetzt. Ah. Egal. Egal. Nichts passiert. Nichts passiert. Die Frau ist da nur. Da ist noch einer auf der linken Seite. Ah, da! Da ist er. Moment, das mache ich anders. Ich mache jetzt den Giftreis dahin. Und das sind den Essen. Wenn er dahin geht. Macht er es? Er macht es, oder? Komm schon. Zieh dich nicht so. Du willst es doch auch. Ja, sehr schön, mein Freund. So will ich dich haben. Boah, das ist so gut bis jetzt. Ich liebe einfach den Giftreis hier. Wer war denn da noch? Hallo? Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Irgendeiner hat mich da eben gespottet. Also fast entdeckt. Ich glaube, das war aber nur der Unschuldige. Da. Kümmern wir uns jetzt mal um die hier. Zack! Yes! Geil! Okay. Sauber. Boah, das läuft bis jetzt so gut. Ich fasse es nicht. Unglaublich. So, hier drauf ist nix. Ich muss mal gucken, ob da hier Items oder was das sind. Hä? Okay. Komm mal, da oben irgendwie hoch. Boah, das sieht geil aus. Hier eh so eine Festung. Jaja, ich verstehe. Nö. Okay, dann geht es mal weiter. So, nächste Gegner. Wo sind die Gegner hier? Da hinten ist eine. Ja. Da ist einer. Ich glaube, ich habe den schon gesehen da hinten. Hä? Oder soll das die Frau sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich erst mal hier hoch. Ah! Boah! Was? Wollte ich verarschen? Drei Stück? Ist nicht deren Ernst, Alter. Ist nicht deren Ernst. Ja, brech das ab. Oh mein Gott. Ah, shit. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Da wurde ich jetzt das erste Mal entdeckt. Aber wie soll man denn das auch machen? Mit drei Gegnern. Boah, ist das krass. Alter Schwede. Boah. Haut bloß ab. Und geht weg. Und so. Uff. 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 Oh Mann, das ist so ärgerlich. Ah. Ist das blöd. Egal. Ja, weiter geht's. Einfach nach vorne schauen. Bis jetzt wurde ich ja nicht so oft entdeckt. Die drehen da ihre Runden. So, der nächste, der den Giftreis sieht. Nein, was macht die denn? Ah. Mann. Was macht die denn da? Ist sie blöd? Die soll doch nicht da runter gehen. Ah. Das war jetzt... Nicht gut. So. Was denn noch? Ah, die Leiche. Okay. Ich verstehe. Ja, was... Was macht ihr da? So, die hat den Giftreis gesehen. Dann ist die jetzt fertig. Ah, weg mit dir. Zack. So. Und geh weg. Uff. Alter, da ist doch der andere. Oh, ey. Oh, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. So. So. I'll find you. Dammit. I lost her. Oh. So, sorry. Äh, kleine Pause. Ja, wie er merkt, ich habe gerade ein bisschen ruhiger gewesen. Äh. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder da. Und wo ist sie denn jetzt? Hä? Da ist der. Okay. Alles klar. So. Schauen wir mal weiter. Was wir den da jetzt kriegen. So. Okay. Da ist er noch. Und. Und. Yes. So. Weg mit dir. Alles klar. Boah, endlich, ey. Ja, sorry für die kleine Pause gerade. Aber jemand war hier gerade eben in meinem Raum, deshalb. Ja. Musste ich gerade mal mein Mikro stummen. Aber alles gut. Ich bin wieder da jetzt. So. Die haben wir erledigt. Auch wenn ich ein paar Mal entdeckt wurde, blöderweise. Ne, da gehst du wieder zurück. Da will ich nicht hin. Äh. So. Und direkt darüber. Ich glaube, hier geht es weiter. Ja, ja, genau. Na ja, ich muss gerade ein kleines, privates Gespräch führen. So. Ah, da ist da direkt ein Unschuldiger. Das ist so mies mit den Unschuldigen hier, ne? Die sind echt wie so Gegnerpatrouillen. Guckt euch das mal an. Egal, ich bewege mich einfach so vorwärts. So. Ja. Alles klar, da ist die Tussi da. Ich trau mich einfach mal was. Nein, die Unschuldige. Oh Gott. Hat die mich entdeckt? Hat die Unschuldige mich entdeckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hat die mich jetzt... Oh, geh doch weg! Was machst du denn, ey? Geh hoch! Oh. Gott sei Dank. Woher weißt die, wo ich bin? Ich will die Stealth killen. Woher weißt die, wo ich bin, ey? Ja, dann halt nicht. Dann geh halt so sterben. Hat die Unschuldige mich eben entdeckt? Ich weiß das gar nicht. Äh. Keine Ahnung, es war nur lila. Es war nicht Doppelausrufezeichen. Aber das war ein blöder Move von mir. Mal wieder. Da ist der andere, Unschuldige. So. Da sind zwei wieder. Okay. Oh, ein Blasrohr wäre hier echt... Von Vorteil, ey. Oh, wie soll ich das denn machen? Moment mal. Hä? Was? Was? Wer hat da irgendwas gesehen? Ja, ist egal. Wahrscheinlich die Unschuldige. Äh. Die Unschuldige, die sich Sorgen macht, wenn da ein Gegner stirbt. Ja, ja. Was? So, und? 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 Yes! Oh, der war gut. Der war zwar risky, aber der war gut, ey. So. Oh, ey. Ey. Geh bloß weg, Alter. Und? 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 Yes! Geil! Alles klar, den hab ich auch. Yeah, ey Arme. So. Wen haben wir denn hier noch? Hier war irgendeiner gerade, der mich zweimal fast entdeckt hat. Da ist noch einer. So, kommt der hier hin? Wenn der nämlich hier hinkommt, ja. Dann schmeißt du jetzt den Giftreis dahin. Und er ist fokussiert. Sehr schön. Das ist gut. Ich find das immer so stylisch mit dem Giftreis. Joach. Boah, ziemlich anstrengend. Ziemlich viele Gegner hier. Oh, und ich bin fast da. Ich merke, ich merke gerade. Äh, nee. Da ist doch noch was. Was ist denn hier? Das ist ja geil. Moment mal. Hier ist noch eine Höhle irgendwie. Oh, was ist denn hier noch? Äh. Hier geht's rein noch? Okay. Das ist cool gemacht, auf jeden Fall. Hier kommt man aber nicht hoch. Schade. Oder doch? Hä? Hier muss man doch hochkommen, weil es ist doch in der Karte ein. Ja! Geil. Okay. Was ist denn hier? Oder geht's hier einfach nur zurück? Ich glaube, ja. Hier geht's einfach nur zurück. Kann das sein? Ja, ja. Hier geht's zurück. Okay. Dann nicht. Mir ist einfach nur ein anderer Zugang. Ich verstehe. Nee, alles gut. Äh. So. Dann? Ist hier noch irgendwo einer? Bestimmt rennt hier noch irgendwo einer rum. Weil bevor ich zum Ziel gehe, will ich noch einen, zumindest einen Gegner hier killen. Ah, da hinten. Ja. Seht ihr die? Seht ihr die? Die kriegen wir noch. Nein, jetzt guckt er nicht so weit. Was macht die da überhaupt? Giftreis? Giftreis. Oder auch nicht. Oder doch? Giftreis, komm. Seht ihr den? Seht ihr den? Ich hoffe es doch mal. Leider nicht. Ah, blöd. Egal, komm. Und los geht's. Und los geht's. Und, und, yes. Die Hapa. Geil. Okay. Alles klar. So, dann. Nimm den Giftreis. Wieder. Und was haben wir denn hier? Ist nicht das Ziel. Gut. Dann habe ich jetzt mal einen Gegner gehabt. Und dann suche ich mal das Ziel. Das ist ja das Haus hier. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt einen Endgegner gibt. Ist mit Sicherheit ein Endgegner. So, wo ist denn hier der Eingang? Hä? Hä? Was soll ich denn machen? Hä? Hallo? Was soll ich denn machen hier? Das ist gerade ein bisschen komisch. Sekunde mal. Äh. In the mirror ninjas appear? Nee. Keine Ahnung, wo das sein soll. Was ist denn hier? Hä? Hier oder was? Ah! Okay. Alles klar. Oh. Der ist schon so. Was ist denn das? So, du bist derjenige, der den alten Mann zu töten. Geh mir nicht das, Frau. Ich werde deine Todesmacht verhindern, Boss. Guck mal an die Rauchbombe. Und zack, 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 zack. Die Rauchbombe ist auch nicht so doll hier. Zack, 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 zack. So. Okay. Ah, das ist glaube ich der Drüppetyp. Beside, du könntest nicht derjenige, der ihn zu töten. Nur wer bist du? Der Name ist Teshu Fujioka. Ich bin ein Doktor in der Hand. Ich werde, bevor die Autorität aufstehen. Versehen, Azuma. Hey, warte! Habt ihr schon von der Jewel des Heavens gehört? Nein, das habe ich nie gehört. Ich muss gehen. Later. Ich habe Ruhmungen von einer privaten Organisation, die Justiz zu Verlässern verkauft. Der Mann muss einer von ihnen sein. Oh, okay. Das ist glaube ich der dritte Typ. Oh, es geht weiter? Was ist denn jetzt hier? Hallo? Hä? Aya? Aya? Was soll das denn? Verstehe ich Gott. Ah! Rikimaru, hi! Rikimaru? Äh, was? Was sprachst du? Ich bin Ikimaru. Und ich werde es prove, wenn ich es muss. Ah, das war ein Geist. Das war nicht er selber. Na gut. Oh, da ist... Ey! Was ist das denn? Ah, Statistik. Und? Hat es gereicht? Und? Ah, wieder nur Ninja-Experte. Schade. Ja, wo ich irgendwie elfmal entdeckt wurde. Keine Ahnung, wo ich den elfmal entdeckt. Shit. Ah, ärgerlich. Egal. Egal, ich würde sagen... Das war ganz okay, würde ich sagen. Das Level. Was für Items gibt es? Ah, es gibt wieder kein Blasroh... Ah doch, zwei Blasroh. Okay. Das ist gut. Ja, ja... Nicht Großmeister, aber... Das ist egal. Hauptsache, wir haben nicht wieder da irgendwie... Scheiße oder so stehen. Weil das wäre scheiße gewesen. Naja. Wir haben das Level geschafft. Jawoll. Cutscene. Ach, dieses Dreckslevel kommt als nächstes... Oh, nee... Das wird so scheiße werden. Aber... Zum Glück haben wir jetzt nicht wieder zwei Blasroh zumindest. Ja, wie gesagt. Also das Level haben wir abgeschlossen. Wir haben den neuen Typen kennengelernt. Teschi, oder wie der heißt. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Story. Und wir wurden jetzt verschläppt in diesen Buddha-Tempel. Und wir sollen jetzt in kommen. Genau, diese Teschi ist auch da. Und ja, genau. Aber wie es weitergeht, Freunde. Das würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich würde dann erstmal schneiden und mache erstmal Schluss. Wird mich über Feedback, positiv sowie auch negativ, wenn ihr was habt, freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.